moin leute was geht hier erst mal wieder mit dem nächsten fifa 16 pack opening wieder mit 2200 fifa points hier seht ihr das team der woche richtig krass krasser als letztes mal noch mit aguero hero dazu gibt es noch ibra hero und das ist einfach richtig geil wenn es also zu ziehen gibt hier ibra hero dann geht es mal los es gibt 15 kpx ich weiß auch nicht wie viel ich davon aufmacht machen werde erst mal nur so 1 nur mal auszuprobieren wem man dazu zieht hurricane in the front wer ist im pack und es ist im ersten pack und es ist neun ich dachte also es ist schon die führung scheiß erster troll heute schade lief vielleicht ein taui oder so wert beim auf der transferliste stones auf transferliste den den und den kann man das kann ja nur sei auf transferliste die verträge und so nämlich alle ist mit alli kriegen auf transferliste herzlich train auf transferliste stadt auch sehr gut weiter geht erst jetzt erstmal das zweite 15 kpx jetzt mal auf aber da will ich alaba auf vorne drauf haben ja david alaba 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 Rango kann es kattet werden, der kann weg, der kann weg, der kann weg, der kann weg. Der Rest kommt in den Verein, also ist ja noch nicht so gut. Ich mache mal mit dem dritten 15k-Pick weiter. Also drei jetzt erstmal und danach mal gucken. Messi, Messi. Und es lädt übelst lange, aber egal. Messi, Messi, Messi. Ja, und es ist so, Grossoviak und Oberfemi Martins. Grossoviak, 1,5k drauf geboten, das ist nicht schlecht. Aber Martins hat auch nochmal mit auf der Transferliste. Die werden alle discardet. Das kommt ein Verein. Und dann geht es zum nächsten Weg, kommen wir jetzt noch. Erstmal ein 15k-Pack, Messi in the Front wieder. Vielleicht mit einem Hero oder einem Inform-M-Pack. Natürlich wäre auch Heiko gern gesehen und das ist ein Unrare. Orelana, das ist natürlich richtig scheiße. Doom noch dabei. Die beiden werden discardet. So, und jetzt erstmal ein 7,5k-Pack. Mit Alaba. Letztes Mal habe ich da in so einem Packer Nein-Golan gezogen. Vielleicht. Jetzt noch einen guten, ich gucke nicht hin. Im 7,5k-Pack. Und es ist Imbula. Der ist heftig, aber... So. Jetzt grillt's Mensch in the Front. Und beim 15k-Pack jetzt wieder. Bitte, ein guter. Bitte, 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 bitte. Nein, ein Unrare. Ein 77er, ey. Das kann jetzt nicht wahr sein. Nacho ist immerhin relativ heftig. Nein, jetzt habe ich den Verein gemacht. Oh, ich wollte ihn nicht haben. Jetzt nochmal Messi in the Front. Messi. Messi, komm schon. Bisher war er nur relativ viel Scheiß. Und jetzt ist wieder nun Muni. Nein, 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 nein. Ja, nur Scheiße hier. Okay, jetzt noch ein 7,5er-Pack. Messi, 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 Messi. Komm schon. Klaassen, Alter, das kann heute nicht wahr sein. Dieses Pack-Opening hier war bisher immer nicht so gut. 1,5-K-Pack. Mach ich noch auf. Aber das war natürlich, die Ausbeute hier war natürlich ziemlich mau. Das kann man schon so sagen. Ah, Messi hier drauf. Das Pack skippe ich einfach mal. Da habe ich keinen Bock mehr, es anzugucken. Da war eh nur Scheiße drin. Naja, diesmal nicht das gezogen, was ich haben wollte. Aber, ja, was soll's. Äh, ich bin da immer ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich höre mal jetzt auf mit dem Pack-Opening, also ich habe ja keine Points mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.